Wie attraktiv, wie sexy ist es, Geld auf die Seite zu legen für die Rente? Boah, also jetzt sich über die Rente Gedanken zu machen, ist so schwer. Gar kein Bock. Und das ist auch keine Motivation, weißt du? Aber deswegen sage ich auch immer, man muss diesen Rentenaspekt covern. Du musst Geld auf die Seite legen für die Rente. Aber was man nicht vergessen darf, ist, der Weg dorthin ist auch mega geil. Weil ab dem Moment, wo du mal anfängst, ein paar tausend Euro auf der Seite liegen zu haben, dann vielleicht die ersten 10.000 Euro, dann vielleicht ein bisschen darüber hinaus, gewinnst du ein komplett anderes Peace of Mind. Du hast mehr Möglichkeiten in deinem Leben. Du könntest rein theoretisch deinen Job kündigen. Allein das macht dich schon mal entspannter im Leben. Ich habe das als F*** your money, habe ich das kennengelernt. Absolut, bester Begriff, ja. Ja, also einfach die Ruhe weg. Und das heißt nicht, dass du F*** sagen musst und anfangen musst, vulgär zu werden und alle Leute arrogant um dich beleidigen musst, sondern es ist halt einfach nur dieses, wenn ich wollen würde, könnte ich.